Musik Heute am dritten Seminartag der Seminarreihe zur Selbstversorgung aus der Natur geht es im ersten Teil um Mundhygiene. Dazu wird Ursula Gieringer uns Schlemmkreide mitbringen und es wird ein Gurgelwasser hergestellt und ein Mundwasser. Und den restlichen Teil des Tages wird wieder Dr. Markus Strauß übernehmen. Er steht hier gerade neben mir. Was steht denn sonst noch auf dem Tagesprogramm heute? Wir werden heute einige neue Pflanzen kennenlernen, also zum Beispiel die Knoblauchsrauke, die Vogelmiere. Und dann werden wir auch wieder den üblichen Rundgang machen durch die Natur, auch die Pflanzenstandorte anschauen, die wir die letzten beiden Male schon besucht haben, einfach um zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und dann werden wir verschiedene Sachen einsammeln und damit wieder ein Gericht kochen und anschließend genießen. Also wir kehren heute nochmal zurück zu unserer Sommerlinde, zur Brennnessel und zum Gier. Ja, ich stelle die Pflanze einfach mal vor. Also sie wird jetzt, momentan ist sie eben voll entwickelt und blüht, wie man sieht. Das ist ein Doldenblütler mit der weißen Doldenblüte hier oben. Sie kann sogar noch größer werden, als ich sie jetzt hier in der Hand habe. Also durchaus kann sie 60, 70 Zentimeter hoch werden. Manchmal blüht sie aber auch schon, nachdem sie 30 Zentimeter hoch ist. Das hängt eben immer vom Standort ein bisschen ab. Und interessant ist, sie wächst unten aus diesem intensiven Wurzelwerk heraus. Deswegen kann man sie auch kaum, kann man die Pflanze, ist ja auch als Unkraut, wirklich verschrien. Man kann die also kaum ausrotten. Es ist wirklich angeraten, dass man sich mit dem Giersch, wenn man den im Garten hat, anfreundet. Und es gibt auch viele gute Gründe dazu, sich mit der Pflanze anzufreunden. Und wie wir nachher gleich sehen werden oder heute auch noch erleben können werden, also das gute Essen, das wir vom Giersch herstellen können. Die Kennzeichen sind, dass wir hier an den Blättern immer einen dreikantigen Stängel haben und dann auch ein doppelt dreiteiliges Blatt. Man sieht erstmal die grundlegende Dreiteilung hier. Und dann sind die Teilblätter auch nochmal hier bei dieser Pflanze dreigeteilt. Wobei es hier Ausnahmen gibt. Es gibt auch Teilblätterpflanzen, bei denen diese unteren Teilblätter nur zweimal geteilt sind. Und Kümmerformen gibt es auch noch, also auf nährstoffarmen Standorten, dass man jeweils, also dass das Blatt nur einfach dreigeteilt ist, dass man jeweils nur ein Blatt hier sehen kann. Und was man auch sehen kann, ist, dass sich die Entwicklung der Blätter, von den Blättern, die eher unten an der Pflanze zu finden sind, das ist ja hier schön üppig entwickelt, dass das nach oben hin fortschreitend, zur Blüte hin, immer weniger wird mit den Blättern. Also das ist eine Rückwärtsentwicklung sozusagen. Und es ist einfach immer gut, wenn man sich mit den Pflanzen beschäftigt, dass man die ganze Pflanze anschaut. Man kann also nicht sagen, so unbedingt, nur so sieht das Gierschblatt aus. Damit kommt man einfach dann automatisch in eine Verwirrung, wenn man in der Natur steht. Deswegen ist es immer wichtig, die ganze Pflanze anzuschauen und das Ganze im Jahresablauf natürlich. Den Giersch hatten wir ja auch schon häufiger. Das Besondere ist, er ist jetzt in der Blüte. Zu den Verwechslungsgefahren, da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal noch nichts gesagt, oder? Genau, also man kann ihn tatsächlich verwechseln. Also aus dieser Familie der Duldenblütler haben wir sehr, sehr viele ganz wertvolle Nutzpflanzen gewonnen. Also die Möhre, Sellerie, das Gewürzliebstöckel, der Fenchel, die Pastinake, Petersilie. Es gibt noch etliche, das ist Anis, Kümmel, Fenchel und so weiter. Also ganz tolle Pflanzen, aber gut und böse liegen da nah beieinander. Es gibt eben auch den Schierling zum Beispiel oder die Hunspetersilie und die wachsen bei uns auch beide in der Flora. Und der Schierling ist ja durch Sokrates bekannt geworden. Er musste sich ja mit dem Schierlingsbecher selbst umbringen, also man hat eben auch keine Wahl gelassen. Also der ist hochgiftig und da muss man schon aufpassen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich das genau einprägt, wie sieht Giersch aus, um einfach, dass nichts passiert. Ja, gerade bei der Hunspetersilie beispielsweise sind die Blüten also ganz ähnlich. Ja genau, die Blüten sind bei allen Duldenblütlern relativ ähnlich. Auch die Blätter können ähnlich aussehen. Es gibt wirklich Arten, da muss man mit der Lupe die Blüten angucken und so. Also das ist zum Teil schwierig. Aber man muss sich jetzt auch nicht verrückt machen, also was den Giersch angeht zum Beispiel. Es gibt da wirklich, was ich gerade beschrieben habe, diese dreikantigen Stängel. Und wenn man den Gesamthabitus der Pflanze sieht, auch den Geruch, wenn ich das hier aufbreche, diesen Stängel und daran rieche, das ist schon eindeutig dieser Sellerie, Möhrige, Geruch. Man bekommt, wenn man sich mit der Pflanze beschäftigt, mit der Zeit ein untrügliches Auge dafür. Und er kann es wirklich leicht erkennen. Man muss einfach nur aufpassen. Man könnte den Giersch auch trocknen oder wie viele Einmachmöglichkeiten gibt es denn oder Haltbewahrungsmöglichkeiten gibt es denn beim Giersch? Ja im Prinzip natürlich alle. Man kann ihn auch einfrieren, man kann ihn einwecken theoretisch, man kann ihn trocknen, man kann ihn auch in Öl einlegen. Aber es macht jetzt einfach nicht so viel Sinn. Also trocknen würde ich sagen, das ist noch eine gute Methode, weil das eben auch eine energiesparsame oder effiziente Art und Weise ist. Man muss nur einmal Energie aufwenden, wenn man es jetzt mit einem Dörrapparat macht oder auch gar keine, wenn man es jetzt einfach auf einer, sich ein Gestell baut und da drauflegt oder am Ofen in der Nähe oder so. Das finde ich auch daher gesehen sehr sinnvoll, Giersch zu dörren. Aber natürlich kann man alle anderen Methoden auch anwenden, das ist schon möglich. Ja, dann freue ich mich auf den heutigen Tag. Ja, ein herzlich Willkommen an alle. Okay, ich habe die ganzen Kräuter mit dabei. Wir wollen ja dann auch noch ein Zahnputzpulver anfertigen. Dafür habe ich diese Schlemmkreide mitgebracht, dieses Calciumcarbonat. Gefällt, leichte Ware. Seht ihr, das ist schon so ein ganz luftiges Pulver. Und damit kann man schönes Putzpulver mit den gleichen Zutaten machen. Wird dann eben fein vermischt, wie vermalen. Also die Kräuter werden noch mehr zerkleinert, pulverisiert und eben dann mit diesem Pulver gemischt. Dann habe ich noch ein Rezept rausgeholt, Zahnsalz. Kann man auch salzkräftigt das Zahnfleisch. So ein bisschen Geschmackssache, ob man das möchte. Aber es ist eine weitere Variante. Darum haben wir es noch mit aufgenommen. Und was ich an der Zusammenstellung so schön fand, war, dass man eben auch noch mit Gewürzen hier ein bisschen spielen kann. Zum Beispiel auch in der Zahnheilkunde nehmen wir ja gern auch Nelken bei Zahnschmerzen. Zahnschmerzen oder auch Nelkenöl kann man nehmen, wirkt lokal betäubend und schmerzstillend. Was haben wir noch? Mürre-Tinktur ist sehr schön. Und was zum Beispiel auch, was mir hier ins Auge gefallen ist, Muskat und auch Zimt. Gerade das sind auch Stoffe, die die Durchblutung gut anregen. Und schmeckt sehr lecker. Also Salbei wirkt zusammenziehend, desinfizierend vor allem auch. Also für mich darf Salbei nie fehlen. Und weder in der Küche noch, also bei der Zahnpflege sowieso, wirkt heilend. Auch Thymian sozusagen hat antibiotische Eigenschaften. Und hier die Pfefferminzblätter eben für den Geschmack in allererster Linie. Also das ist so Standardreperat war einer jeder Kräuterschnecke oder eines Mini-Kräutergartens. Ja, also ich habe jetzt ausgezogen mit 70%. Ich würde sagen, es ginge auch mit dem Doppelkorn, also so rund 40, 45%. Es war früher, auch Apotheken konnten diesen Monopolsprit günstig beziehen. Das war dieser 96%ige Alkohol. Also Alkohol ist das höchste, 96%. 100% gibt es gar nicht. So ein aziotropes Gemisch. Also ein gewisser Restteil Wasser bleibt immer dabei. Und von daher, wir mussten den ja immer gleich auf 90% runter verdünnen. 96% darf man rein nur für labortechnische Zwecke verwenden. Und der war eben steuerlich so begünstigt. Gut, das hat sich dann schon rentiert. Und darum durften die Apotheker auch nur, und das ist heute noch so, nur ein Viertelliter von diesen 90%igen abgeben. Inzwischen ist der Bezug von diesem Monopolspritzo schwierig. Und auch der Preis als solcher so hoch, dass ich das nicht mehr rechne. Also das kann man kaum noch bezahlen. Was ich noch anfügen wollte, vor allem bei dem alkoholischen Auszug, manche machen da gern noch T-Baumöl mit rein. Das ist auch so eine Sache. Und eben auch für die Haltbarkeit, wo T-Baumöl wirkt sehr gut desinfizieren. Und dann ist zwar das alte Spiel, dass da niemand draufsteht, nur für kosmetische Zwecke. Aber man kann das also ruhig nehmen für diese Dinge. Ich wollte euch heute noch ein paar Pflanzen vorstellen. Wir sind ja jetzt gerade so an der Wende vom Frühjahr zum Sommer hin. Die phänomenologisch, so wird das in der Botanik bezeichnet, gibt es da so Markierungspunkte in der Natur sozusagen. Also wenn die Schneeglöckchen zu blühen beginnen, dann beginnt botanisch gesehen der Vorfrühling. Mit der Apfelblüte ist der Hochfrühling definiert. Und das Ende des Frühlings, beziehungsweise der Beginn des Sommers, ist mit der Lindenblüte. Oder wird durch die Lindenblüte markiert. Also unten in Stuttgart blüht die Linde inzwischen. Wir sind jetzt gerade so an dieser Wende. Und von daher ist es für mich jetzt auch die letzte Gelegenheit, euch die Knoblauchsrauke vorzustellen. Und da ist einfach wichtig, ich will das hier schon mal an der Stelle sagen, ähnlich wie beim Giersch auch, wir haben unterschiedliche Blätter an einer Pflanze. Dieses große Blatt hier, das ist ein typisches Blatt für die untere Blattrosette. Also für den Bereich nahe des Bodens. Und so überwintert die Pflanze auch. Das ist nämlich das Tolle an der Knoblauchsrauke. Man kann die auch im späten Herbst, im Winter sogar, kann man noch grüne Blätter von ihr finden. Die hat erstaunlich, obwohl die Blätter sehr weich sind, eine erstaunliche Frostresistenz. Und jetzt, momentan, sehen die Pflanzen so aus. Sogar schon so, dass die Blüten, die sind schon verblüht. Wir sehen in erster Linie, sehen wir jetzt diese Samenstände, diese Fruchtstände mit diesen Schoten. Also es ist ein Kreuzblütler. Und Kreuzblütler bilden dann ja immer diese Schoten aus. Und das Schöne bei der Knoblauchsrauke ist, das macht sie so wertvoll für unsere Selbstversorgerküche. Knoblauchsrauke sagt schon der Name. Also wir können die Bärlauchsaison damit verlängern. Von den Inhaltsstoffen her ist sie auch sehr interessant. Sie enthält eben viele Senföle und eben auch Knoblauchöl und wirkt dadurch auch antibakteriell, antiseptisch und hat da von daher eben auch gute volksmedizinische Anwendungen. Und für die Küche ist es einfach sehr interessant, dass sie diese Knoblauch- und diese Senföle enthält. Weil das einfach vom Geschmack her, man kann mit der Knoblauchsrauke gut Salate würzen, man kann auch eine gute Suppe daraus herstellen und man kann auch etliche andere Gerichte, ihr habt ja Rezepte hier mit drin, auch Bratlinge zum Beispiel oder Gemüsefüllungen, eben mit dieser Knoblauchrauke hervorragend würzen. Sie wächst sehr gerne auf nährstoffreichen Standorten, auf eher feuchten Standorten. Also ist eine klassische Pflanze, die am Waldwegsrand häufig anzutreffen ist. Es ist eine weit verbreitete Pflanze, also die ist vom Alpenhauptkamm bis Nord- und Ostsee überall anzutreffen und von daher ist es eben auch eine wertvolle Pflanze, weil sie eben jeder finden kann und weil sie eben auch in großen Mengen wächst. Ihr seht hier, die Blattform eines grundständigen Blattes ist rund und je höher wir an der Pflanze hochgehen, bildet sich immer weiter diese Spitze aus. Also das sind nachher ganz dreieckige, länglich-spitzige Blätter. Und das ist ja immer so eine etwas gemeine Sache, dass wir sind heute im Computerzeitalter eben gewohnt, Computer kann auch nur 0 oder 1, also nur schwarz oder weiß und dieses schwarz-weiß-Denken, das hat sich eben in alle möglichen Lebensbereiche fortgesetzt, aber haben wir in der Natur eben nicht so. Wir haben ganz oft fließende Übergänge. Hier eben fließender Übergang vom runden Blatt in das spitze Blatt und das ist eben wieder so ein Punkt, wo ich die Aufmerksamkeit darauf lenken möchte oder auch klar machen möchte, wie wichtig es ist, dass man Pflanzen beobachtet, um wirklich sicher zu sein, aha, das ist ein spitziges Blatt, es ist die Knoblauchstrauke, das ist ein rundes Blatt, das ist auch die Knoblauchstrauke. Da muss man einfach ein bisschen dranbleiben und die Pflanze öfters angucken und dann entwickelt man ein ganz sicheres Gefühl, weil es genügend andere Merkmale gibt, die wir draußen nachher noch sehen werden, die das unzweifelhaft machen, dass die Knoblauchstrauke damit gemeint ist. So, als weitere Frühlingspflanze möchte ich euch die weiße Taubnessel vorstellen, stellvertretend für die anderen Taubnesseln. Also diese Nesseln, in dem Fall eine Taubnessel, die sehen ja generell mal sehr ähnlich, also den Brennnesseln sehr ähnlich und bei der Taubnessel ist es natürlich so, dass wir hier im Unterschied jetzt zur Brennnessel, dass wir hier auf den Etagen sozusagen immer diese schönen Blüten haben, die als Kinder sehr oft gezupft und dann ausgesaugt, weil am Blütenboden dieser süße Nektar ist und die gedeihen ja immer so etagenförmig und die Blume oder die Pflanze, das blüht von unten nach oben durch. Also die Blütezeit ist relativ lang, also es fängt eben unten an und setzt sich nach oben hin fort. Durch den süßen Nektar, den ich gerade erwähnt habe, ist die Pflanze natürlich auch bei Insekten sehr beliebt. Ja und dann ist natürlich noch die Frage, wann hat das Saison und was pflücke ich eigentlich davon, was sammle ich davon, was ist da sinnvoll? Da ist es eigentlich ähnlich wie bei den Brennnesseln auch. Der Stängel kann nach unten hin mit der Zeit verholzen, der ist jetzt hier noch schön weich, weil es eben sehr feucht war, aber ich würde auch empfehlen für ein Gemüse, man kann also auch da ein Spinatgemüse daraus zubereiten, einfach die Spitzen nehmen, die sind dann einfach sehr zart und noch nicht so cellulosehaltig. Und des Weiteren sind natürlich diese Blüten sehr interessant und da ist es natürlich schade, wenn man die jetzt mitdünstet, die würde ich vorher retten und die sind besser, wenn man die roh isst. Man kann damit also sowohl eine Süßspeise als auch einen Salat dann einfach schön verzieren. Das ist einfach eine schöne pflanzliche Deko. Aber natürlich auch für die Gartengestaltung interessant, weil die Pflanze auch als Bodendecker gut eingesetzt werden kann. Unter Ziersträuchern oder auch unter Rosen sieht das auch sehr schön aus, weil es gleichzeitig blüht. Kann man sich vorstellen, die werden ja dadurch auch beschattet, die Taubnissel hat auch gerne den Halbschatten, dass man da als Unterpflanzung die Taubnissel etabliert. Dann hat man einen naturnahen Garten, wo man nicht so viel pflegen muss, muss man nur einmal im Jahr absicheln, man kann etwas davon ernten, man hat eine schöne Blüte, für die Insekten hat man etwas getan. Also das ist in sich eine sehr runde Sache. Und nach der Taubnissel möchte ich euch noch einen Klassiker vorstellen der essbaren Wildpflanzen, die Vogelmiere. Wer einen Gemüsegarten hat, der kennt das, dieses Unkraut, was dann in so kleinen Polstern wächst. Die Samen der Vogelmiere, die sind ein wirklicher Überlebenskünstler. Die Samen haben eine Keimfähigkeit oder behalten 30 Jahre lang ihre Keimfähigkeit. 30 Jahre. Also das ist eine unglaublich zähe Pflanze. Die Vogelmiere, wie gesagt, eine ursprünglich europäische Pflanze, aber durch die Kolonialisierung, durch die intensiven Handelsbeziehungen, ist sie eben durch Saatgut oder weil mal am Schuh irgendwo in einem Dreckklümpchen ein Same stecken geblieben ist und 30 Jahre Haltbarkeit hat und so weiter, ist heute Australien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, Asien, überall vertreten. Die Sachen, die zum Beispiel für Vegetarier und Veganer ja immer sehr wichtig sind, die B-Vitamine, leider nicht das B12, aber 1, 2, 3 sind in der Vogelmiere drin. Auch viel Vitamin C, reichlich Mineralien und Spurenelemente. Vielleicht noch eine Besonderheit, die die Vogelmiere enthält, das sind die Saponine. Das sind also waschaktive Substanzen letztendlich und die können wir zwar nicht direkt aufnehmen, aber sie helfen bei der Resorption der Nährstoffe durch die Dünndarmband hindurch. Einfach indem, also ein waschaktiver Saponin, wenn wir damit Wäsche waschen, macht es nichts anderes, als den Dreck in Lösung zu nehmen und im Wasser gelöst zu halten, sodass das Tuch dann sauber ist. Und bei uns im Darm hilft es eben, die Nährstoffe in Lösung zu nehmen, sodass die durch die Darmwand hindurch in die Blutbahn gelangen können. Also da helfen uns diese Saponine im Darm. Und das ist eben in der Vogelmiere auch reichlich enthalten. Das kann sie auch jemand, der keinen Garten hat, auf dem Balkon, für eine Balkonbegrünung, eine super Pflanze, man kann da wie Bubiköpfe, so Töpfe ziehen, die dann auch hübsch aussehen. Sie braucht nur reichlich Wasser, damit sie üppig wächst und eben einen nährstoffreichen Boden. Dann entwickeln sich da richtig schöne Polster, die man regelmäßig abzupfen kann. Und indem man die eben abzupft, werden die auch wieder dichter. Also im Prinzip ist es wirklich wie beim, die gleiche Pflege wie beim Bubikopf auch. Ja. Was wir jetzt heute kochen, weil die Frage gerade schon kam. Wir werden natürlich wie immer einen wunderbaren, gesunden Salat vorneweg machen. Und in den Salat kommt eben alles rein, was uns über den Weg läuft, so ungefähr. Und da wird dann unter anderem auch die Vogelmiere heute mit dabei sein. Und ansonsten, wir haben uns ja uns schon mal intensiv um die Brennnessel gekümmert, essenstechnisch. Und das nächste Mal stand dann der Löwenzahn im Mittelpunkt. Und heute, der Giersch hat jetzt gerade seine Blütensaison. Wir werden also heute noch mal uns kochtechnisch und kulinarisch mit dem Gierschnäher beschäftigen, also in erster Linie Giersch verarbeiten. Junge Blätter im Salat, werden auch ein Gemüse zubereiten. Dazu gibt es dann einen Naturreis. Und dann hat Frau Dorschner wie immer noch ein paar leckere Überraschungen mitgebracht, also Brotaufstriche und ein schönes selber gebackenes Kräuterbrot und solche Sachen. Also wir haben dann dadurch wieder ein schönes Festmahl. Vielen Dank. Das ist doch auch erstaunlich. Vorher war es noch gar nicht so grün. Also man sieht da, wie wirklich die Zellen aufgeschlossen werden, auch für der Gurgenschale, aber natürlich auch für den Grün. Man hat jetzt wirklich einen ultragrünes Musi, Freiheit für die Nährstoffe, weil es zurzeit so klein zerkleinert wird, dass wirklich der Zellsaal austreten kann. Eigentlich imitiert man damit das, was wir mit den Backenzähnen, mit kräftigen Kauen erledigen sollten. Aber da wir natürlich alle gehetzt sind und das meistens nicht richtig machen, hat man hier echt ein Hilfsmittel. Und naja, das ist im Grunde genommen auch ein bisschen dramatisch, wie wir uns heute mit den Kuhmitteln wieder irgendwo hinbegeben, wo wir eigentlich von Natur aus schon wären. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal hin. Und jetzt haben wir hier kleine Becherchen und so kann jetzt mal jeder hier kosten. Ich mache jetzt mal wieder eher ein bisschen vorsichtig, damit jeder was hat. Man kann da gerne nach.